Der ehemalige CIA-Agent und Spionage-Experte John Zipper geht davon aus, dass russische Spione Deutschland auf allen Ebenen infiltrieren. Das betonte John Zipper im Gespräch mit Focus Online. Die jüngsten Schlagzeilen zur mutmaßlichen Spionage eines BND-Agenten habe den Experten daher auch alles andere als überrascht. Zipper betonte, dass einige westliche Geheimdienste davon ausgehen, dass es unzählige weitere russische Infiltrationen in deutsche Nachrichtendienste und Regierungskreise gebe. Genau dies sei einer der Gründe gewesen, warum die CIA in Sachen Russland nicht mit Deutschland zusammenarbeiten wollte. Demnach hatte immer die Sorge geherrscht, dass deutsche Spione die Informationen an Russland weiterleiten könnten. Zipper gehört zu den erfahrensten Geheimdienstexperten der USA. Er arbeitete 28 Jahre lang für die CIA-Spionageabwehr. Er arbeitete 48 Jahre lang für die CIA-Spionageabwehr. Untertitelung des ZDF, 2020